Wie geht es dir heute, Christina? Mir geht es heute sehr gut, auch wenn das Wetter heute nicht so besonderes ist, aber Projekt macht Spaß. Das ist das Allerwichtigste. Was machst du so bei Novatec? Also ich bin im HR-Security-Bereich unterwegs, das heißt mich interessiert das vor allem und das beschäftigt mich auch bei meiner Arbeit, wie wir die Sicherheit frühzeitig in den Software-Lebenszyklus integrieren können. Okay. Java oder Kotlin? Java. Wie viele Sprachen sprichst du und welche? Also ich kann Deutsch natürlich und Englisch und in der Schule habe ich noch ein bisschen Französisch gelernt und bei der Novatec hatte ich die Chance, einen Einblick in Spanisch zu bekommen. Español, por favor. Berge oder Meer? Berge. Was war dein Hobby als Kind? Als Kind und das ist auch noch heute mein Hobby, ich spiele in der Stadtkampelle Quirflöde. Wow. Was reizt dich besonders an deinem Vortragsthema? Wie ich ja auch schon vorher gesagt habe, mir ist es wichtig und ein Anliegen, dass die Unternehmen eben mitbekommen, wie man eben Sicherheit frühzeitig in den Software-Lebenszyklus integrieren kann und dass ich einfach den Leuten auch zeige, wie man das erreichen kann. Sommer oder Winter? Sommer. Vielen Dank, Christina. Vielen Dank, Christina. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017